Wenn mal was Geschlechtes jetzt ist, ist mal nicht wieder ein bisschen Scheiß vom Gäste. Finde ich gut. Sollten wir so machen. Ja. Soll ich mal starten? Aber der Anfang des Satzes war nicht dabei. Tut mir mal so, als hättest du Schucke oder als würde ich mich wüsste. So, außerdem wirst du heute spielen. Ich werde heute spielen, na danke. Ja, also wir haben festgestellt, Pokémon Conquest ist absoluter Müll. Deswegen spielen wir heute was anderes. Was Gescheites. Was richtiges Gescheites, ja. Genau. Das ist jetzt alles Musik. Oh nein, die Musik ist auch direkt weggegangen. Übrigens, nein, also Pokémon Conquest ist immer noch cool. Natürlich. Ja. Vorsicht, das kommt ins Thumbnail. Oh Gott. Immer wenn er jetzt Grimassen schneidet, dann wird das alles nachverarbeitet. Das kann ja nicht immer dieselbe sein. Die aus dem... Welches Bild ist denn das, was da? Der Schrei. Ja. Stimmt. Mach doch mal nach, ein Hauch von Tüll. Kenn ich nicht. Ich kenn nur zwischen Tüll und Tränen. Kennst du nicht ein Hauch von Tüll? Ach, wo er gehört in den Müll. Es ist auch Spongebob, musst du dich kennen. Kenn ich tatsächlich nicht. So, was haben wir denn hier? Im normalen Modus stehen die 5 Credits zur Verfügung, um das Spiel durchzuspielen. Im schweren 3. Was meinst du, wie gut sind bin ich? Übungsmodus. Also 9 Credits wird wohl, ist halt die Frage, ist das Spiel dadurch dann auch schwerer im normalen Modus oder im schweren oder ist es einfach wirklich bloß, es geht um die Anzahl der Credits? Ich nehme an, dass sonst stimmt es da, aber ich weiß es nicht. Was ich nicht weiß, ist, wie man den Soundtrack ausfällt. Ich würde mal sagen, ich versuch's mit dem normalen und wenn ich Pech habe, muss ich das Spiel nochmal anfangen. Ups, alte Taste. Das geht ja gut los. Na, hier, Option. Schauen wir mal rein. Genau. Filter stark. Vollbild. Shader, aber Anzeige. Pixel Perfekt. Nee. Wir haben schon nicht so viel. Ob, wenn die Anzeige so ist, kann ich das Bild vielleicht größer stellen und wir haben trotzdem noch alles drin. Klingt gut. Schauen wir mal. Ähm. Dann nicht zurück, sondern, oder? Doch, doch. Achso, ja genau, Spiel starten wollen wir ja. Oh, oh wie schön. Jetzt müsste ich nur noch die schwarzen Balken wegmachen. Aber es passt schon fast. Ja. Ich würde aber trotzdem mal gucken, ob ich dann wenigstens in die andere Richtung größer stelle. So. Und in die Richtung auch noch. Und dann. Ja. Finde ich gut. Mag ich. Das. Das einzige, was mir jetzt wirklich noch fehlt, ist, ähm. Dieser schwarze Balken an der Seite stört mich etwas. Der wird in der Nachbearbeitung weggemacht. In Ordnung. Eventuell. Wahrscheinlich nicht. So, irgendwas wird übernehmen. Ich finde das wirklich sehr schön, wie das aussieht. Drei Helden trafen ein. Pläne zu vereiteln. Um die Pläne der drei Helden zu vereiteln. Ihre eigenen. Die mysteriöse Welt von Aquario. Das ist Aquario. Dadadadadadadadadadadadadp. Er breitet sich auf den Mund des Meeres aus. Ein Sturm zieht auf. Gau. Ich höre gar nichts. Na. Wat? Haglondo. El Moon. Und Guff. Ich kenne die auch alle nicht. Hörst du noch nicht, dass wir unterschiedliche Dämonen oder auch noch anders hin sind? Wer weiß, wer weiß. Kann schon sein. Was? Wurde der jetzt ausgewählt oder ist das nur eine Demo? Ich glaube, der wurde jetzt ausgewählt. Na, okay. Okay, hüpfen und schlagen kann ich schon mal. Okay, irgendwie kann ich das auch, ja. Aber ich weiß nicht, wie. Wenn die Eimer vielleicht sowieso blau ist und dann einfach dagegen laufen. Okay, das versuche ich. Oh, wenn sie schlagen und dann werden sie blau, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Mighty No. 9. Stimmt. Oh, ich kann sogar draufhüpfen. Cool. Ach, hätte ich... Au. Nein. Oh, ich hätte jetzt nur mal versuchen können. Also bisher läuft noch. Bisschen. Kein Leben. Schade. Boom. Oh. Was? Schon? Und das ist... Ist das was zum Auffüllen? Keine Ahnung. Ich hab das ja auch nur gekauft, als ich hab das mal gespielt. Angezockt mal, ja. Ups. Ah, spring mal für den unten gegen das Ballon. Ich glaube, der wächst. Oh ja. Danke. Ähm. Nein. Egal. Doch nicht. Wir müssen uns gleich in den Easy Mode wechseln. Ja. Na ja. Mal schauen, wie ich noch durchkomme. Also die Level werden wahrscheinlich immer schwerer werden. Mit der Zeit. Aber... Oh nein. Böse. Böse. Aber ich find das schön, dass das so grimmig aussieht. Ja. Da... Autsch. Wow. Ich kann zweimal getroffen werden und dann... ... ist ein Leben weg. Und dann ist jetzt schon mein erstes Continue. Ja, du kannst... Oh. Oh cool. Kann ich jetzt hier durch? Ja. Oh. Ein Boss. Autsch. Ah. Ah. Geht mir viel zu schnell hier. Das Ableben. Ah. Ich glaub, es ist besser, wenn du die Gegner versuchst, auf ihn zu werfen, als... Ja. ... zu stark. Wahrscheinlich. Oh, aber... Wenn ich weiß, wann ich auf ihn drauf muss... Oh. Schon wieder ein Continue? Nein. Die Funks sind gleich weg. Ja. Ich seh das schon. Au. Warum hat er sich gedreht? Ah. So. So kann man's auch machen. So geht's doch. Ist gut. Ha. Gewonnen. Sehr gut. Ich hab wenigstens das erste Level durch. Ich hab wenigstens das erste Level durch. Als jemand, der in Mega Man spielen eigentlich ziemlich gut ist, stelle ich mich hier gerade richtig blöd an. Also, was tatsächlich bisher mein Highlight ist, ist so ein bisschen der Art Style für mich recht. Der ist gut, ja. Oh. Oh, das ist schön. Will haben. Will mehr davon. Ich hoffe, das geht nicht weg. Wie nutze ich das? Wie benutze ich Power-Up-Sachen? Ja. Wie benutze ich Power-Up-Sachen? Komm schon. Krieg ich dafür nicht irgendwie mehr Punkte? Das wär schön gewesen. Moin. Okay. Choo-choo. Ja. Okay, perfekt. Was spielen wir eigentlich hier? Clockwork Aquario. Jawohl. Wenn ich mich recht im Sinne bin, bin ich ganz täuscht ein Pro-Zeit für das Mega-Welt-Präger. Das ist viele Jahre später, weil ich glaube, auch über Fixler. Das ist toll. Oh. Wenn das nicht ganz richtig war, schreib's in die Kommentare. Und hinterlasst ein Like. Und hinterlasst ein Dislike, weil's falsch war. Oder so. Idiot. Ich bin richtig recherchiert vorher. Richtig. Ich bin ja sowieso der Meinung, Dislike-Buttons werden viel zu selten benutzt. Und das liegt aber auch daran, dass YouTube sie mittlerweile nicht mehr standardmäßig unterstützt. Also, oder beziehungsweise die Dislikes gar nicht mehr anzeigt. Ich finde das sehr gut, dass es dafür Addons gibt. Ich verstehe nicht nach welchem... Huch! Die Punkte kommt... Ja! Ah! Sie klingt manchmal wie Listen! Jetzt grad nicht, aber... Das stimmt! Listen! Hey! Listen! Nein! Wie ist das denn passiert? Das... Das... Doin! Oh! Kannst du denn mit diesem... Mit diesem Eigenschein... Hast du auch so eine Wünste? Alter! Ich glaube ich kann... Ja, ich glaube so was kann ich irgendwie machen. Ich wüsste jetzt wirklich gerne wie... Das bringt mir das Ding! Wie kann ich es benutzen? Gibt es eine Select-Taste vielleicht oder so? Minus! Oder Minus! Hä? Nein! Na Blätten! Oh! Ui! Ah! Ja! Ui! 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 Das hatte schon ein bisschen was von Sonic! Oh! Oh! Oha! Ah cool! Und das wird größer, das Ding! So wie bei Emi damals! Ui! Aua! Verdammt! Ja! Ja! Ich konnte mich gerade so ein Stück weit bewegen! Ganz ausgebildes! Wie viele Continues habe ich nur noch? Jetzt! Oh! Ich habe ein Leben bekommen! Aus irgendeinem Gru... Oh Gott! Was ist denn los? Da! Autsch! Das ist aber fies wie schnell das gehen kann! Ah! Und schon wieder fast... Ja! Was zum Geier... Kann ich denn hier machen damit das nicht... Oh! Wie ist das? Ja! Au! Alter! Ich kann den hier mal versuchen! Ich bin mir nicht sicher! Ui! Ui! Also der kommt mir vor als wäre er so der Cheater Charakter! Und trotzdem fange ich mit ihm! Ui! Oh! Das ist gut! EGAL! Das kann... EGAL! EGAL! Wieso zum Geier? Hau einfach drauf! Ja! Ja! Ich habe keine Ahnung was ich gemacht habe! Ui! 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 Was sagt der Ui? Ui! Oder irgendwie so... Ich habe keine Ahnung was das... Also ob das ein echtes Wort ist! Ui! 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 Ich bin immer noch der Meinung, das in 55 Minuten durch zu haben, wird bei mir nichts! Ich glaube dazu muss man das Spiel kennen! Ui! 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 Das ist doch wohl... Das gibt es doch nicht. Was machst du denn? Ich weiß es nicht. Ich nehme ihn aber weiterhin. Das ist ganz nett. Ist doch schlau. Natürlich. Manchmal... Achso nicht im Moment. Ja. Von deinem Alter noch. Au. Nee. Noch ein Treffer und ich bin... tot. Aber es steht hier immer wie viele... Wunder, 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 Wunder. Kannst du eigentlich kursieren? Kannst du ein Statusbildschirm oder sowas? Äh... Gute Frage. Wenn es noch weiter geht, bin ich gleich schon wieder im Ober. Ich gehe einfach mal hier oben lang. Äh... Wunder, Wunder, Wunder. Wunder, Wunder, Wunder. Wunder, Wunder. Wunder, Wunder. Wunder! Ah ok. Auch! Böse. Oh! 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 Ah! Trinken! Ja! Wieder, wieder! Sehr schön! Ich geh da mal! Der ist schon alleine sogar gegangen! Oh nein! Oh nein! Nächster Boss! Der wird doch bestimmt gleich irgendwas schießen! Sehr schön! Autsch! Nichts gut! Nichts schön! Dann kommt das Ding gleich! So! Ah! Ich weiß es nicht! Oh! Schon wieder ein Continue! Ah! Ich hab keine Coins mehr, oder? Sind die schon alle aufgedraubt? Ist ja Wahnsinn! Hey! Oh, schade! Das Spiel vorbei! Hat doch ungefähr hingekriegt gekommen mit den 35 Minuten! Nee, so lange haben wir glaube ich nicht gespielt! Wie lange? 17! Ah! Soll ich jetzt doch nochmal den einfachen Modus und nicht den Trainingsmodus probieren? Ja! Auch um zu gucken, ob denn da ein Unterschied ist zum... Ja! Also... Abseits der Qualitätspunkten Schwierigkeiten... Genau! Hurra! Ich hab den Highscore geknackt! Trotzdem! Ähm... Wie komm ich raus? Ähm... Zertel Minus? Zertel Minus? Ja, oder so... Minus geht hier nicht... L... Ja... Ja, dann würde ich sagen... Versuchen wir es... Du gleich wieder da! Hier! Ich mach so lange das Spiel neu auf!